hallo ich grüße euch zu den next news nummer 5 diese woche wieder aus unserem next move studio wir haben für euch diese woche model 3 news natürlich wie fast jede woche außerdem wird in österreich eine aufhebung des tempo limits auf bestimmten strecken für elektrofahrzeuge diskutiert die schweiz möchte 15 prozent e-autos in den nächsten jahren erreichen auch das möchten wir euch erzählen bei hyundai gab es für den hyundai ionic im konfigurator eine neue farbe die wir euch vorstellen wollen und natürlich die next news von next move aus dieser woche das tesla model 3 hängt die deutschen autobauer ab in den zulassungszahlen natürlich noch nicht in deutschland so weit sind wir noch nicht aber in einem markt der sehr wichtig ist nämlich der größte einzelmarkt für tesla der bundesstaat kalifornien dort ist es so dass das model 3 sich aktuell besser verkauft als der bmw 3er und die mercedes c klasse und allein in diesem segment in diesem bundesstaat 14 prozent marktanteil errungen hat die weiteren zahlen aus kalifornien zeigen dass die hybrid zulassungen und und verkaufszahlen rückläufig sind das heißt in diesem vorreiter staat ist seit 2013 schon die tendenz erkennbar dass es zum vollelektrischen geht und dass man dort über das über die wohlwollend als brückentechnologie bezeichneten hybrid antrieb dass man dort schon über dieses stadium hinausgeht und sagt wenn elektrisch dann richtig für uns ist das elektroauto der antrieb den wir brauchen und das model 3 ist sozusagen ein wichtiger baustein um dort in diesem segment auch zu punkten außerdem gab es berichte über schlechtes bremsverhalten des model 3 der consumer reports hat seinen lesern oder seinen kunden abgeraten dieses fahrzeug zu kaufen weil es eine große streuung im bremsweg hat weil es einen sehr langen bremsweg hat und da hat tesla natürlich reagiert sie haben gesagt wir wollten auch beim thema bremsen und nicht nur beim thema antrieb und nachhaltigkeit auch beim thema bremsen das beste auto haben und haben gesagt dass es ein software problem oder eine softwarejustierung ist beim bremsen wie viel kann ich noch lenken und wie viel bremse ich leidet darunter die lenkfähigkeit des fahrzeuges und man hat jetzt entsprechend nachgebessert das software update wird gerade ausgerollt und es gab wohl schon entsprechende positive tests so dass der consumer reports jetzt sein testurteil sogar revidiert hat und das model 3 zum kauf empfiehlt aufhebung der tempo limits für elektroautos ist in österreich im gespräch wir haben es ja auch manchmal schon erlebt oder dass man gefragt wird ja da gibt es ein tempo limit wegen lärmschutz muss ich damit im e-auto in deutschland diese geschwindigkeit einhalten selbstverständlich muss ich die einhalten in der regel sind das ja auch relativ hohe geschwindigkeiten 80 kmh 100 kmh da habe ich natürlich auch mit dem elektroauto durch den abroll widerstand der reifen der entsprechende geräusch emission dass diese tempo limits aktuell zumindest auch in deutschland für e-autos gelten in österreich hat man einen neuen vorstoß gemacht dort gibt es nämlich flexible tempo limits die eingerichtet wurden um emissionen in diesem bereich also luftemissionen nach unten zu drücken und sozusagen als flexibles tempo limit je nach luftschadstoff belastung in bestimmten bereichen tempo 80 oder tempo 100 angeordnet werden dürfen elektroautofahrer haben dagegen geklagt und haben nicht recht bekommen auch sie müssen sich an die regelungen halten der verkehrsfluss war die argumentationslinie der gerichte und nun möchte man es aber doch möglicherweise ermöglichen in österreich den e-autos in diesen bereichen schneller zu fahren und das heißt die rahmenbedingungen sollen geändert werden man prüft zumindest in schritte in dieser richtung um die elektroautos dort zu platzieren wo sie hingehören nämlich auf die überholspur in der schweiz bewegt sich auch was dort wurde jetzt ein ziel formuliert und zwar nicht eine million oder etwas wie wir sie in deutschland hatten sondern 15 prozent bis 2022 aktuell steht man bei 2,7 prozent allerdings nicht im fahrzeugbestand sondern die werte beziehen sich jeweils auf die erstzulassung also sprich auf den auf den zuwachs auf alles das was neu auf die straßen kommt und wie man dies erreichen will das wird gerade diskutiert dass ladeinfrastruktur gerade öffentliches schnellladen wichtiger punkt ist steht natürlich außer frage bei hyundai gab es nachrichten und zwar noch keine offiziellen nachrichten auch auf der homepage ist noch nichts zu sehen sondern wir wurden von einem unserer partnerhändler kontaktiert bezüglich unserer laufenden bestellungen das marina blue also das blau des hyundai ionic aktuell nicht mehr liefer oder bestellbar ist das farben bei herstellern aus dem sortiment und aus dem konfigurator rausgeworfen werden sage ich mal ist ein gängiges spiel zum einen möchte man den kunden regelmäßig mal was neues zeigen zum anderen gibt es manchmal farben die dann doch nicht so prozentual anteil in den markt gefunden haben also sprich was ich zu wenig verkauft fliegt raus beim marina blue kann das nicht der grund sein soweit uns aus umfragen unter nutzern bekannt ist ist es eine sehr beliebte farbe für den hyundai ionic es wird ersetzt durch ein blau wiederum was ein ticken dunkler ist es hat den namen intense blue und interessant ist dass es also nicht nur neubestellungen dieses fahrzeuges betrifft sondern aufgrund dieser extrem langen lieferzeit für das fahrzeug die aktuell ungefähr bei zwölf monaten liegt auch laufende bestellungen offenbar von dieser umstellung betroffen sind wir wurden also was unsere bestellten blauen fahrzeuge betrifft kontaktiert und haben also dieser umstellung auf das neue intense blue zugestimmt ansonsten neuigkeiten von next move für diese woche gab es zum einen interessantes treffen in österreich dort haben zwei unserer kunden sich getroffen sie haben beide ein opel ampera e gekauft von uns es sind beides ehemalige mieter die also am standort münchen sich so ein auto gemietet hatten und sich dann sozusagen verliebt haben in den opel ampera e wir sagen eben auch das auto knackt die breite masse 60 kilowattstunden akku damit kann man eben relativ sorgenfrei auch auf längeren strecken unterwegs sein ohne dass man sich alle paar minuten um eine ladestation kümmern muss und die beiden mieter hatten den für zwei wochen glaube ich der eine der andere schon ein monat der eine winter der andere jetzt im frühling und jetzt haben sie beide fahrzeug bekommen und hatten dann auch um eine kontaktaufnahme gebeten dass wir die beiden mal zusammengebracht haben die haben sich also getroffen aktuell sind noch unsere nummernschilder dran es ist so dass da noch ein leasing antritt aussteht das heißt wir ermöglichen natürlich den kunden dann sobald wir vertraglich da beieinander sind zumindest das fahrzeug schon zu übernehmen und zu nutzen dass sie nicht mehr länger darauf warten müssen und in österreich wird er nämlich noch gar nicht verkauft der ampera e soll kommen aber aktuell kann man ihn dort noch nicht bestellen und es sind wohl erst fünf stück im land zugelassen und jetzt kommen zwei von next move dazu dann war ich auch selber im süden unterwegs beim clean electric podcast am samstag haben wir dort aufgezeichnet sonntag ist der podcast online gegangen wir verlinken die episode noch mal unten in den links unter diesem video es hat mir großen spaß gemacht mit den jungs dort und ihr könnt euch anhören was ich dort erzählt habe clean electric podcast erscheint alle zwei wochen manchmal mit gästen manchmal ohne gästen ohne gäste und es wird über aktuelle themen auch rund ums elektroauto berichtet und gefachsimpelt sozusagen dann hatten wir besuch der tesla markus war hier auch da gibt es ein video das ist bereits online könnt ihr euch anschauen bei uns im kanal wenn ihr wissen wollt was tesla markus außer videos noch macht bei uns auf der couch hat das erzählt ein event steht bevor am 8 bis 10 juni ist die lipsia emotion hier in leipzig es ist eine elektromobilität rallye wo aber nicht der rallye gedanke oder wettfahrten im vordergrund stehen sondern elektromobilität in seiner kompletten breite zu erleben also auch mal fahrzeuge mit zwei oder drei rädern zu sehen und es werden da ich weiß es nicht meistens sind so 80 bis 100 fahrzeuge am start sein es gibt verschiedene etappen streckenpunkte für die mitfahrer und wir selbst sind mit einem kleinen next move team dabei unterstützen aber auch das organisationsteam und werden also 55 fahrzeuge aus unserem fuhrpark auch dem organisationsteam zur verfügung stellen das tesla model 3 ist da am letzten freitag mussten wir schon am donnerstag aufzeichnen wir haben also die letzten next news nicht am freitag aufgezeichnet sondern am donnerstag davor weil freitag war ich unterwegs in bremerhaven habe das auto geholt habe einen ersten langstreckentest gemacht es war sehr spannend neue eindrücke für mich ein großer tag für next move an dieser stelle grüße ans team es war also teamwork das auto nach deutschland zu holen es ist ein us import nicht der einzige aber einer der wenigen mit dem wir vorhaben halt nicht nur test videos zu machen und uns das auto irgendwo in die garage zu stellen sondern wir wollen es euch zugänglich machen wir wollen also leuten ermöglichen die noch nicht sicher sind ob das model 3 das richtige für sie ist oder die bestätigung haben wollen habe ich wirklich einen richtigen schritt gemacht der tesla 1000 euro für meine reservierung mitzugeben die sollen bei uns die möglichkeit haben das auto anzuschauen vielleicht auch mal eine runde zu fahren da probieren wir aktuell noch in welchem rahmen das möglich ist es ist halt ein us-fahrzeug es ist ein gewisser eingeschränkter funktionsumfang und die autos haben natürlich per se noch keine straßenzulassung in deutschland da arbeiten wir aktuell an lösungen dass wir euch das auto anbieten können es zu testen und zu erleben mit uns die neuigkeiten dazu erfahrt ihr natürlich vielleicht schon nächste woche hier in den next news und die ersten testvideos natürlich die ich unterwegs aufgenommen habe meine impression zur reichweite ich war sehr positiv überrascht von dem auto das kann ich schon voraussagen bringen wir bei uns im youtube kanal das erste große video von der 430 450 kilometer bin ich am ersten tag gefahren ist schon online bei uns im kanal und am wochenende kommt noch ein zweites video sozusagen der morgen danach ich habe also über nacht das fahrzeug geladen und da ist mir was aufgefallen und auch da sozusagen gehen wir natürlich technischen daten des fahrzeuges gerne auf den grund und haben dazu auch noch ein kleines video gemacht die wir euch dann zeigen wir werden auch noch weitere videos produzieren in den nächsten tagen und wochen mit diesem auto also seid gespannt was bei uns noch alles kommt wer es noch nicht getan hat abonniert unserem kanal wir sehen uns spätestens nächste woche ciao wir sehen uns beim nächsten mal